Ulrich Zieger, Gesöff. Der Lungenfisch spricht aus der Tiefe, Zuwendung und Anregung bilden das Leben. Wenn man die Kindlein wirklich kommen lassen könnte, würde bei Ausfall der Elektrizität und im Internet keine brennende Meute sich bilden und plündern. Wir haben einander nicht oft viel zu sagen und manchmal sehr viel, doch das handelt von Liebe. Sonst handelt es nur vom Abteilungsleiter und seiner Gier und von anderen Angebern, die uns entsetzten. Da legten wir aber längst auf an den Muscheln. Gott helfe ihnen balde, sonst droht uns die Halde. Anstatt einander zuzuwenden, wenden sie sich ab und starren beharrlich ins Nichts, wo sie Goethe vermuten und Nietzsche und eigentlich nur ihre eigene Blödheit auf Dauer. Der Lungenfisch spricht aus der Tiefe, aus der er nicht wieder zurückkehrt, im nächsten Jahrtausend. Der Mann, der die Bücher gerettet hat, wurde verjagt und die Frau, die den Mann begriff, wurde gesteinigt. So geht die Welt in sternförmigen Kreisen und eine Gesinnung, der nichts Substantielles erwächst. Was tun wir denn da, holde Zweiflerin? Auch ich kann das im Grunde nur noch stottern. Doch sehe ich bei Tag und Nacht, wie uns die Knochen schlottern. Ich kann das im Grunde nur noch stottern.